Es tut mir sehr leid. Das Büro von Mr. Voss hat angerufen. Er schafft es heute leider doch nicht. Er hat diese Nachricht für Sie geschickt. Bitte sehr. Ich habe meine Lesebrille im Wagen gelassen. Könnten Sie es mir bitte vorlesen? Äh, natürlich. Ah. Lieber Ben, denk nicht auch nur eine Sekunde, ein Essen würde einen Scheiß ändern. Entweder der beschissene Bart verschwindet oder wir lassen den Verfickten den ganzen verfluchten Film platzen. Klar?